Hallo Leute, ich bin's wieder, der Couchian. Ja, letztens sind wir hier stecken geblieben. Wir müssen ja diesen Shy Guy reiten. Komm ja, Shy Guy, wir reiten dich. Ja, wie? Wie willst du nicht runterspringen? Okay, gehen wir wieder raus und gehen wieder rein, glaub ich. Ja. Und wir reiten mal den roten Shy Guy. Okay. Oh, das war knapp. Das war etwas knapp. Bitte nicht, wenn jetzt Stacheln kommen. Oh, das war knapp. Okay, wo komme ich hier hin, wenn ich das mache? Scheiße, Marshmallows. Ich hasse die Teile. Was ist das? Was ist das? Achso, scheiße. Okay. Okay, Gesicht. Bisschen Angst. Du Scheiß-Pastart. Okay, nochmal. Hä? Oh, ich töte dich noch. Du hässliches Teil. Egal, ich gehe einfach runter. Ich hasse diese Marshmallows. Und nein. Da kommen noch zwei auf einmal. Hab Pest gehabt hier. Dachte wohl, ihr könnt mich hier verarschen. Nicht so. Ey. Scheiße. Die werden mich gleich vergewaltigen. Nein, Mann. Nein. Nicht keine... Scheiße, du Wansohn. Marshmallows, du Wansohn. Ah, Mann. Oh, Mann. Okay. Größer. Okay. Ich hasse die Teile. Komm her. Ey. Oh. Ey, du. Ich hasse die Teile. Ich schmer auf alle. Ich hasse noch mehr als die Sheikais. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich mach die Fertigkeit im Bock mehr. Ich mach die fertig. Ich bring die um. Ich bring die eiskalt um. Ey. Du Scheiße. Ich pass dir. Ich schwör auf alles. Du. Du Scheiße. Oh, Mann. Nur zwei Leben. Nur wegen dieser Scheiße. Marshmallows. Oh, das war knapp. So knapp. Komm her. Ja, weg mit dir, du Scheiße. Marshmallow. Dich hab ich jetzt hochgenommen. Dich hab ich jetzt hochgenommen. Du kannst nix dagegen machen. Oh, nein. Wenn du mich jetzt noch verfolgen. Du. Ja, Scheiße. Oh. Oh, Scheiße. Das war knapp. Das war echt knapp. Die drei hat mich fast... Oh, Scheiße. Noch eins. Da vorn. Die drei hat mich fast vergewaltigt. Fast nur. Nur fast. Aber nur fast. Ey. So, so. Ah. Okay. Mein Entschuldigung. Die Marshmallows machen mich krank. Wortwörtlich. Die machen mich echt krank. Hier. Kommt her. Ach, Mann. Nur Mario. 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 Okay. Den Schlüssel hab ich jetzt. Egal. Jetzt zieh ich mein Leben. Jetzt zieh ich nur um mein Leben. Du Scheiß-Huernsohn. Oh, Mann. Das wird richtiges Fail-Video. Das sage ich euch. Richtiges Fail-Video. Wartet. Bin wieder da. Als ich gerade warte gesagt habe, wollte ich mich an den Marshmallow von hinten nehmen. Aber ich hab schnell Staub gemacht. Und es geht weiter. Die Teile hasse ich. Und die machen mit Safe-State, meine ich. Ey. Oh. Männer hoch, genau. Männer, Männer, Männer. Also mit Safe-State. Also ich speichere schon. Ich hab das schon gespeichert. Du Scheiß-Huernsohn. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Wartet. Wieder da. Es geht weiter. Wir haben Safe-State gemacht. Ja. Ey. Ach, Mann. Ich hasse euch. Ich hasse euch, ihr Teile. Aber ich bringe euch erst um. Ihr stört mich nur. Ich bringe euch jetzt um. Komm her. Komm her. Du Hurensohn. Weg mit dir. Und du? Komm her. Du bist mein Schlüssel. Aber das Gesicht trägt mich auf. Oh, das war knapp. Ah. So kann man das Monster verarschen. Okay. Hä? Wo ist das Gesicht? Achso, da ist es. Schon wieder. Hier. Okay. Das ist der Trick, um dieses Gesicht hochzunehmen, oder wie? Wenn ich das früher gewusst hätte. Mann, oh Mann. Der hätte mir so viel Zeit erspart. So viel Zeit. Äh. 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 Weg mit dir. Okay. Warte. Warum ist das Scheiker hier? Das will ich mal wissen. Flieg weg. Okay. Wo ist die fünfte Münze? Die will ich auch noch haben. Was? Ey, das. Das. Das ist. Ey, das ist so unfair. Nochmal. Nochmal. Wieder da zu. Ach. Wieder da zum dritten Mal? Aber diesmal. Speichere ich, wenn ich das geschafft habe. Du. Du bist weg, du scheiß Hohansohn von Marshmallow. Du Hohansohn. Ich schwör auf alles. Du regt mich so richtig auf. Okay. Wie? Scheiß Spastis. Hier regt mich die ganze Zeit auf. Okay. Das ist der langsame Weg. Aber so ist es sicher. Schnell, schnell. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Oh nein. Jetzt kommt auch diese Missgeburt. Wartet. Jetzt speichert. Jetzt habe ich abgespeichert. Jetzt geht es weiter. Endlich. Männer aufgenommen. Männer Dreier. Und. Und da ist die Münze. Die hole ich mir noch. Ist klar. Oh scheiße. Wart. Wieder da. Ich hol mir. Ich hol mir die Münze jetzt. Das ist klar. Ich gehe nicht sofort zum Endgegner. Das ist klar. Ich muss auch gleich die Aufnahme beenden. Also hier beende ich die Aufnahme. Wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss. Wir sehen uns im nächsten Mal. Vielen Dank.